Coal Dust. Coal Dust müsste ich oben hinlegen. Flint in Steel. Oh, hier haben wir auch noch jede Menge von dem Zeug. Das wir nie gebraucht haben. Extreme Essence. Haben wir nie gebraucht. Da ist ein bisschen Flint. Gut. Perfekt. Und wir haben hier bestimmt auch ein bisschen Eisen noch rumliegen. Oder nicht? Haben wir unser ganzes Eisen nach oben transportiert und da hingelegt. Sieht so aus. Gut. Dann einmal nach oben und eins von dem Eisen holen. Haben wir noch einen Block of Iron? Naja. Okay, wir haben noch genug davon. Schön. Wie geht denn Flint in Steel? Flint in Steel. Flint in Steel. Da haben wir es. Ach so. Okay. So. Ja. Das haben wir. Das Feuerzeug nehmen wir natürlich... Uh. Ruckel, 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 ruckel. Ähm. Mit. Denn... Falls... ... ... ... ... schießt. Ist das ja auch... ... sehr gut. Das ist mir schon ein paar mal passiert. Pfeiler haben wir jetzt natürlich keine dabei. Was auch wieder geil ist. Aber... Phil If. Wenn jetzt... ... ... ... das Ganze mal fertig ist. Uuuuh. Nether Quartz. Dauert das lange beim Laden. who glowstone sulfur cloud ferris ore ok als erstes greift mich hier irgendjemand an nein es ist etwas beängstigend denn ich bin kein guter kämpfer muss ich ehrlich sagen salva er kommt schon so auf mich zu warum kommt er auf mich zu aua der schlägt mich tatsächlich nein 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 boah wieso schlägt er mich direkt wieso hat er mich direkt geschlagen ich brauche auf jeden fall noch einen kopfschutz komm her bronze 1 2 3 4 5 bronze helmet zack drauf mit dir das neue und open blocks brauche ich gerade nicht ähm das kann ich denn noch nicht ach so genau kann ich jetzt schon direkt machen ein bisschen auf mein schwert ganz rum drauf tun 3 hearts 3,5 ok das macht nur 3 herzen schaden was ist denn mit blaze powder oh fiery ok das ist auch geil fiery super jetzt habe ich mein blaze powder weggenommen das ist jetzt das ist wirklich doof gewesen was ich gemacht habe jetzt habe ich immer ein besseres schwert und ich habe einen helden ja wenn das jetzt nicht reicht oh der ist weg das ist gut die schlagen mich direkt oh nein scheiße wieso schlagen die mich direkt ich habe denen gar nichts getan es ist es kann doch jetzt nicht wahr sein das kann doch jetzt nicht wirklich wahr sein komm her stirb doch einfach komm ich muss meine sachen zurück holen und zwar schnell wieso habe ich die nicht alle in den rucksack gepackt alles was ich brauche pfuh ne scheiße was mache ich denn jetzt was mache ich denn jetzt das könnte ich anziehen boah ich möchte jetzt nicht alles verlieren nein garantiert nicht tut mir leid aber nein ich verliere jetzt nicht alles ich weiß das ist cheater aber egal ich möchte euch jetzt nicht nur mal 50 millionen jahre mit so einem doofen aufpassen von meinem meiner ganzen doofheit belästigen so ich hoffe ich habe alles okay das habe ich hallo meine hose habe ich verloren mein schwert habe ich mein schwert nein nicht mein schwert bitte nicht mein schwert da habe ich noch was sag jetzt nicht dass ich mein schwert verloren habe ich möchte mein schwert nicht verlieren scheiße im wahrsten Sinne des Wortes es war auch noch das gute boah ich mache das jetzt so tut mir leid aber nein ich werde das ganze nicht garantiert nicht was ist das für ein Zeug Glibberzeug Copper ja natürlich ist hier alles super geil voll Glowstone kann ich mir mal eben mitnehmen das werde ich auf jeden fall brauchen für mein jetpack mein helm könnte ich mir anziehen was zack 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 wieso habe ich nicht meinen Bogen verloren sondern mein schwert das war doch einfach das beste was ich bis jetzt hatte das ist doch scheiße das ist doch so richtig scheiße das ist doch so richtig scheiße wieso hm achso ja erstmal ein home point setzen ich hoffe nein wo war das nochmal hab das auf irgendeine geile ta- ah F4 genau ähm new waypoint und gut gut wieso hm hm egal erstmal ein bisschen durch die Gegend laufen und gucken was hier los ist hier ist auf jeden fall viel sulfid ich glaube das zeug kann man sehr gut gebrauchen dieses meekleit denn wenn man nur ein teil von dem anderen hat kann man damit jede menge neues zeug bauen finde ich sehr sehr geil finde ich sehr sehr geil vor allen dingen für diamanten oder sowas hm komm schau komm schau also scheinbar wären die direkt böse auf einen weg mit euch das war was wollen und was will ich mit sulfid Iron Pick Richtig geil Dann komme ich direkt Direkt Fiery drauf Ja, das Auf jeden Fall als erstes mal mitnehmen Und Alles schön direkt Ich hoffe Äh